Wir müssen uns von diesem Irrtum verabschieden, ach, das Evangelium ist nun mal was für ein Anfang meines Glaubenslebens und nachher ist das dann als Werkzeug, um die Ungläubigen irgendwie ins Reich reinzuretten. Das stimmt nicht. Das Evangelium ist die stärkste Offenbarung für das Wesen Gottes. Am Evangelium kannst du sehen, wie groß Gott wirklich ist. Und du brauchst diesen Blick auf die Größe Gottes, um ein anderes Leben zu leben.